Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch mal wieder etwas für die Kleinen zeigen und zwar So klingt das Land der aufgehenden Sonne aus dem Ullmann Verlag. Das Buch hat zwölf Seiten, kostet 11,90 und wird ab einem Jahr empfohlen. In diesem Buch geht es um Japan. Man lernt ganz spielerisch einige interessante Sachen über das wunderschöne Land kennen, zum Beispiel wie die Kirschblüte heißt, nämlich Sakura. Und ja, hier wird man zum Verweilen einfach animiert und das strahlt so eine tolle Ruhe aus. Und dann gibt es ja, das ist ein Soundbuch, wie ihr hier sehen konntet, gibt es immer wieder solche kleinen Stationen, wo man eben drücken kann, hier jetzt am stillen See. Genau. Und hier lernt man was über die Kultur Japans kennen. Hier zum Beispiel das Puppentheater Bunraku, wenn ich das richtig ausspreche. Das ist einfach mal wieder so ein Buch für die ganz kleinen Kinder, da es einfach so schön mit Musik begleitet wird, viele tolle bunte Zeichnungen enthält und einfach einen sehr überschaubaren Text hat. Meine Tochter ist fast fünft oder ist jetzt mittlerweile fünf und mag solche Soundbücher noch immer tatsächlich. Besonders dieses hier, es strahlt einfach mit der tollen Musik so viel Ruhe aus und sie genießt es, wenn wir uns das Buch einfach gemeinsam anschauen bzw. anhören. Aus dieser Reihe gibt es übrigens noch andere. Hier könnt ihr sehen, ganz, ganz viele unterschiedliche. Könnt ihr gerne mal stöbern. Den Link zu diesem Buch findet ihr wie immer in der Infobox. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal und schaut auch gerne meine weiteren Videos an. Macht's gut!